hallo willkommen zu einem neuen video heute wollen wir eine base bauen Ich denke schon an Prost, was ist das? Jashi, falls du es wie du siehst, kannst du mir auf Prost schreiben, wenn du wieder mal Zeit hast, weil ich gehe mit Zeiten. Ich denke schon an Prost, was du siehst, dass 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 du siehst, Großartig ist. Und unbedingt nur 5 Diaz-Leute. Das wär's. Dann hab ich alles, was ich brauche. Dann hab ich alles. Dann hab ich alles. ja eigentlich bis gleich leute das haben wir jetzt gebaut und wir sind noch nicht fertig weiter bauen und was machen die drinnen sind halt überall auf jeden fall brauchen wir so nicht die drinnen sind halt überall bis gleich leute unsere base haltet schon statt wenn du mehr willst dass wir mehr party machen mit base und so dann lasst unbedingt ein black eye die blöcken helfen brauchen auf jeden fall viele pfeile wir haben noch eine halbe stunde habe noch kein einzigen gehen es wird sich jetzt ändern also ich bin bereit leute für mich kann es losgehen ja wo wir jetzt die sind noch zu zweit ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit leute ich glaube die 4 es würden unentschieden gehen oder oder ich weiß jetzt nicht was passiert wenn alle noch zwei teams leben und es ist noch und es geht noch guck mal wir haben so viele feine bis gleich leute gleich ist das andere ich nur mit diesem einen roten was es 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 was Nein! Mann, wenn er jetzt weiter sind, wer kann's? Da ist er. Ne, so leicht gewonnen. Ja! Gewonnen! Wie viel kriegen wir? Achthundert! Bis dahin ist man da rein, Leute. Schauen!